ARD Text im Auftrag von Funk Junge, macht das Spaß? Ja, da wollte ich auch gar nicht... Shit Beweg dich! Beweg deinen fetten Arsch! Hör auf! Hör auf damit! Renn einfach! Hör! Würdest... Ich will nicht in die Duschen! Das tolle ist, du weißt nie, ist jetzt irgend so ein Typ, der dich gleich anspringen wird Und umarmen wird So fest, dass du gleich alle in der Reine alles explodieren und daran das Haus spritzt Oder bist du alleine? Ich setze mal, ich bin alleine! Oh nein, ich bin in Level 3, du... Oh nein! Oder? Dieses Level C Gedönsen... Ne, waren Leute Mein Mund ist einfach grad nur offen! Ich bin nicht hier! Ich bin nicht hier! Ich seh dich! Ich seh dich! Ich seh dich! Kalt! Wärmer! 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 Na? Kälter? Immer noch kalt? Sag mal, ich geb dir grad Hinweise darauf, wo ich... Wärmer! Wisst ihr, Frank? Ist eigentlich auch nur ein ganz netter Aber... Die Leute... Geben ihnen aus unempfindlichen Gründen... Nicht so viel Aufmerksamkeit Wo bist du, Frank? Und ich kann selber nicht genau verstehen, wieso! Ich... Geh mal kein Risiko ein, ich geh mal davon aus, dass er mich hier sehen kann Hallo? Oh, Frank! Du musst alles immer nur raus... Hi! Rauszögern! Das ist praktisch, dass hier eigentlich alles dunkle ist Er kann mich eigentlich gar nicht sehen Was übertreibe ich hier eigentlich so? Oh, hallo! Aber... Ich bin aber trotzdem ein bisschen vorsichtiger Ich bin... Doch, ich bin schon mal... Ich wollte grad sagen, ganz stolz, ich bin noch... Kein einziges Mal gestorben Das aber eine Lüge ist Ja... Frank... Geil dich! Dankeschön! Alles klar Ich weiß, man kann grad sehr viel sehen Ich seh genauso viel... Wie du gerade Aber... Du hast mich nicht gesehen, du kannst mich nicht gesehen haben Weil ich total crazy drauf bin... Suche ich noch nach irgendwelchen Batterien oder so Wow! Sieht nur, wie crazy ich drauf bin Frank, ich hab keine Ahnung, wohin willst und wo du grad bist Aber... Ich find's nicht okay Oh, ich seh genau, wo du hin willst und... Ich seh ganz genau, was du willst Oh ne, mir gefällt's nicht Ey! Ich mag Schaum Ich sollte wahrscheinlich einfach rausrennen Bitte sag mir, hier oben ist irgendwas Okay, gut, da komm nicht nach oben, ich hatte grad kurz die Befürchtung Achso, wenn... ach, wenn meine Batterien leer sind, dann kann ich trotzdem was sehen, aber halt nicht so viel kann es sein Wow, ich seh... Wow, ich seh... Komm... Das macht keinen Sinn Oder war es grad richtig? Ich glaub ich musste hier lang Fuckin' goddammit... Fuckin' goddammit... Fuck die Hölle Äh... lalalalalala Lalalalalala Ich bin froh, dass ich diese Scheiße... Nachgeladen hab Ist da irgendwas offen? Da ist irgendwas... Da ist gar garantiert irgendwas offen Äh, da lang Da, 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 da... Wo ist Frank? Wo ist Frank? Ich will's gar nicht wissen, ich renne einfach Ah, gut, dass ich den Jumpscare verkackt... äh, verpeint hab Versteckst du dich auch vor Frank? Ich nämlich nicht Ich mag, ich mag Frank Er, er ist ein ganz süßer Wie kann ich das denn überleben? Wieso verpenne ich hier alle? Äh, bitte was? Hi Hey Natürlich komm ich nicht lang Ach Es wird bestimmt nichts getriggert, wenn ich die halb offene Tür aufmachen werd AAH Ähm Frank 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 Ich brauche mal kurz deine Hilfe, da ist ein, da ist, es ist schön, dass du mir helfen willst. Jetzt hau ab und komm nie wieder. Mich juckt gerade ganz viel, mich juckt mein ganzer Körper auch an Stellen. Ah, ich bin überfordert. Lassen Sie doch alle einfach in Ruhe. Ja, mich juckt das auch, wie bereits gesagt. Ich habe keine Angst, denke ich. Oh, um die Batterien zu springen, ja. Du verrätst mir bitte kein Geheimnis. Was zum... Fick. Ich will eigentlich nicht näher kommen. Ich will gar nicht näher kommen. Wieso bin ich so nah? Ich will gar... Bitte geh weiter weg von dem Typen da. Could you just... Hä? Penny, dreh ich dich mal. Wie gefällt dir das, hm? Was ist, wenn du dich immer die ganze Zeit verfolgt, hm? Vielleicht sollte ich die auffällige... Oh. Gut, dass ich hier überhaupt nicht übertrieben lange drin war. Es ist eine... Oh mein Gott, ich dachte, das wäre irgendeine Keycard oder so. Oh, dein Kopf ist wohl auch explodiert. Ich denke... Muss mich euch irgendwas hintergehen? Müsst ihr mich irgendwie angreifen oder so? Oder du? Ah, du hast ein Kreuz... Ist gezeichnet. Ist ganz schön, bist ein ganz großer Künstler. Kann ich hier da rein? Nein, kann ich nicht. Eigentlich will ich gar nicht hier drin sein, während er näher kommt. Aber am Ende sperrt er mich einfach ein. Oh, ja, wie immer bin ich komplett überhaupt nicht behindert. Was? Äh. Äh. Äh, nein, danke. Oh. Ja gut, ne. Dann komme ich halt hier rein. Dankeschön. Das hat ja gut geklappt. Ich will... Ich will nicht... Nicht mehr kommen. Wow! Fucking! Okay. Ich wollte gerade sagen, ich kann mich ja ruhig mal dem Typen da nähern, der gerade in der Zelle ist und versuchen, die Tür aufzumachen. Ich weiß, das sieht nicht gerade unbedingt gut aus. Und dann ist das passiert. Ich weiß. Ich verpasse überhaupt nicht viele Jumpscares oder so halt. Äh, gut, das war nicht verpasst. Kann man nicht verpassen, aber... Das Spiel hat es anders geplant gehabt. Ich bin Profi und sowas. Ich weiß. Passiert einfach. Oh nein! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020